Happy Birthday Diego Acevedo. Happy Birthday Adib Abit Baloch. Happy Birthday Gopal Saar. Happy Birthday Emdi Safrae Fran. Happy Birthday Shintamani. Happy Birthday Rahim Ansari. Und heute spiele ich mal wieder Free Fire und BR Ranking. Gleich kriege ich ja noch den vierten Stern irgendwann mal, obwohl es ziemlich schwer wird. Bis bald. So. Ich habe meine acht Charaktere. Battle Royale. Battle in Style. Oder meine acht Charaktere, die ich habe, sind alle auf Level 6. Also ich kann keinen Charakter mehr leveln. Mal schauen, wann ich den nächsten Geschenk kriege. Das wird bestimmt wieder... Und ein bisschen dauern. Fangen wir erstmal hier an. Ich habe gerade noch gar nicht geschaut, ob jetzt ein Spieler dabei ist oder ob alles nur NPCs sind. Ah, wo bin ich denn hingeflogen? Ich weiß doch gar nicht hierher. Wird doch noch dahinten. Naja. Die ist schwammig für die Maus. Oh, hier ist auch so eine Kiste. Oh, das sind Bürgerladen. Habe ich noch nie... Ich war hier hinter der Ecke noch nie. Und da ist noch was. Eine Position. Und das war's. Hier war mein Bürgerladen rein. Ich mach das so wie immer. Also wie in letzter Zeit nur noch. Ich suche jetzt genug Geld. Oder den Schlüssel für eine... Äh... 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 Da außen steht ein Motorrad. Der ist gut. Trau ich wahrscheinlich gleich, um schnell hier wegzukommen. Oh, okay. Was ist denn das für ein Geschäft? Bürgergurfi. Zwei Bürger nebeneinander. Zwei Bürger nebeneinander. Oh, kein Schlenkel. Oh, kein Schlenkel. Das läuft einer. Kann ich nicht in der Nähe fahren. Ok, ich mach mal weiter. Boah, was ist los mit der Maus? okay ich hab mein geld ich hab mein geld voll und jetzt laufen da um oder dahinten genau da immerhin da ist die post und dann einmal weiter da ist noch ein hut warte mal, dann müssen wir den erstmal hier da war aber nicht viel drin für mich da ist noch nicht bereit ok Okay, und gleich eine Mission mitmachen. Was? Wer hat den geschossen? Scharfschütze! Ein Spieler! Schauen wir uns den Spieler mal an. Ein Spieler? Rampage! Der schießt doch auch richtig komisch. Also es ist jetzt nicht so, dass er... Ich glaube bei ihnen ist das Internet ein bisschen laggy. Oder ist das mein Internet? Ich denke, den lüge ich auch. Killing spree! 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 Ich vermute aber eher, dass mein Internet heute gerade wieder so laggy ist. Das Ding läuft wahrscheinlich... Ich habe ja gesagt, läuft irgendwie so ein bisschen schwammig die Maus. Killing spree! 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 Allein von Killing spree! Sein Killing spree! und springen erst mal hier runter auf der schönen kleinen Insel oh hier springen noch zwei andere Leute runter dann gehen die Leute gleich ins Haus rein so bisschen schwammig Oh hier ist die Piesse haben wir schon mal das Geld also dann hauen wir doch schon mal hier ab Schlüsse haben wir Geld hauert vorsichtig aber auch oh oh gut dann schauen wir hier runter wo ist der Kasten, der war doch hier irgendwo, ach da links ist einer, der ist ja außerhalb dann rennen wir erst, musst du da drühen ich hab keine richtige Schaftze, du wehrer ok hat trotzdem gereicht gleich brauche ich auch den Schlüssel nicht mehr, wenn ich hier die Kiste aufmache und dann die nächste Kiste aufmache oh warte, da ist doch schon ein Gewehr ja, das G oh, jetzt habe ich den Scharfschützengewehr schön kurz schauen, was ich wegschmeißen kann noch nichts ne, den Kranatwerfer brauche ich nicht ok, dann drehen wir weiter dahinter war ja noch irgendwo so ein so, rechts nehmen wir dann mit einer gleich irgendwann mal und also mal ist Oh, wo landet der? Da hinten ist einer. Oh, da ist ein Autofahrer. Also sprich, ein Spieler wäre im PC fertig mit dem Auto. Ach, Mensch. Hier ist ein Spieler gewesen. Ich habe doch ABM, oder? Oh, das stimmt. 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 Oh, noch ein besseres. Na, Kampfgewehr. Oh, das stimmt. 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 Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, cool. Okay, aber das stimmt. Aye, 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 aye. Ah, nur ich und der Spieler sind da. Ah, nur ich. 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 Ah, nur ich.